Dannis Schulduell Hallo, ich bin da! Oh, ihr seht ja schon sich von mir! Hallo Rum, seid ihr hübsch? Hallo, ich bin die Danni. Hi. Was macht denn den Herrn Papo? Podgoski. Wie heißt du mit Vornamen? Patrick. Herr Müller? So, wie ihr jetzt gedacht habt, ey, der muss das machen. Warum ist er der Coolste? Weil er jung ist und neu und cool. Ja, das ist super. Okay, ich muss mich selber nochmal konzentrieren. Es ist ja auch nicht so einfach bei deinem Aussehen. Könnt ihr euch denn konzentrieren? Also ihr jetzt wahrscheinlich schon, ihr Jungs, aber geht's bei euch so, wenn er... Schon ein Schnittchen, der Herr Popowski. So, okay, jetzt aber Ruhe. Es geht um 5.000 Euro für die Gesamtschule Hungen in Hungen. Und ich wünsche euch allen ganz viel Glück und vor allen Dingen dir, weil wenn du jetzt verkackst, dann hassen dich ja alle. Aber es wird nicht passieren. Also, wer spielt die Hauptrolle in die Tribute von Panem? Äh... Ich weiß es. Jennifer Lawrence. Richtig. Von wem ist der Song Love Yourself? Justin Bieber. Richtig. Welcher Comedian heißt wie ein Kuscheltier? Weiter. Ähm, Teddy. Was ist Minecraft? Äh, ein Spiel. Richtig. Wie heißt der Film, bei dem BDSM-Praktiken thematisiert werden? Äh, äh, keine Ahnung. Okay, aus Shades of Grey. Ja. Aus welchem Land kommt David Guetta? Aus, äh... Sch... Ähm... 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 Schweden? Falsch, Frankreich. Wie nennt man die Winterschuhe aus Australien? Boots? Keine Ahnung. Arcboots. Weiter. Welcher 26-jährige DJ hat vor kurzem bekanntgegeben, dass er nicht mehr auf Tour gehen wird? Richtig. Wie heißt das bekannteste soziale Netzwerk, bei dem es vor allem um Fotos geht? Instagram. Richtig. Wie heißt der Look, bei dem die Haarspitzen heller gefärbt werden als der Oberkopf? Äh, äh, äh... Weiter. Okay, stopp. Das war's. Ombre. Okay, fünf Fragen beantwortet. Und das sind zwei Punkte mehr als Alsfeld und damit seid ihr im Moment aktueller Spitzenreiter. Wuuuuh! Das hat er gut gemacht. Jetzt möchte ich dich aber auch umarmen. Komm um meine Brot. Dannis Schulduell zusammen mit dem junge Leute Startprogramm der mecklenburgischen Versicherungsgruppe. Der Start in ein sicheres Leben. Jetzt einchecken auf planetradio.de Projekt